Guten Tag, mein Name ist Johannes Wenzel, ich bin Medienreferent aus Münster. Ich freue mich bei der Vortragsreihe, was Kinder heute brauchen, mit dabei sein zu können. Und zwar auch schon zum ersten Thema am 18. Januar. Hier soll es darum gehen, einmal zu schauen, wie Eltern ihre Kinder begleiten können, ihre Kinder im Grundschulalter begleiten können, zum Thema sicherer Umgang mit mobilen, digitalen Medien. Also, wie kann ich das Smartphone, eventuell meines Kindes oder das Tablet sicherer nutzen? Welche guten und sinnvollen Angebote gibt es im Internet, um die Medienkompetenz von Kindern zu fördern? Da wollen wir einmal gemeinsam drauf schauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 18. Januar sehen. Ciao, ciao! Okay and ruth